Willkommen bei Big in Gastronomy. Ihre Bestellung bitte. Servus, ich hätte gern ein Hase und ein 16er Blech. Das habe ich leider nicht verstanden. Bitte wiederholen. Na, ein Hase und ein 16er Blech. Das habe ich leider nicht verstanden. Bitte wiederholen. Oida, ein Hase und... Ach, leck mich doch am Arsch. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm. Zu Episode 90 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der genauso lecker schmeckt wie Suströming. Heute wird's unglaublich lecker mit The Big Deal. The Big Deal ist 1986 für Commodore 64 und Amiga erschienen. Entwickelt von Raidersoft, die der ein oder andere von Snoopy oder Verkehrsrallye kennen mag. Zu den beiden Spielen gibt's übrigens demnächst was. Gepublished, je nach Lokalität, von Raidersoft selbst, aber auch von Areola Soft, die auch Selbstspiele entwickelt haben. Kaiser zum Beispiel oder Airline oder Vamir. Ja, ich hab keine Ahnung, was The Big Deal für ein Spiel ist. Ich kann's einfach nicht zuordnen. Simulation, Arcade, Kochkurs. Aber ich weiß, wer die Musik gemacht hat. Nämlich Jaron Kimmel. Der hat auch die Musik zum C64-Port von Alien Syndrome gemacht, was das letzte Spiel für längere Zeit war, für das er musiziert hat. Die Edge wollten ihm nämlich nicht bezahlen, die Schweine. Kimmel war übrigens auch sehr umtriebig in der Demoszene. Als Red war er Teil der Demo-Gruppe The Judges. Big Business bzw. Best in Gastronomy, wo mit erklärt ist, wofür das Big im Spiel steht, hat expandiert. Jetzt bieten sie Hotels, Cafés und auch Fast-Food-Restaurants. Floyd, der damals schon die Kanäle sauber gemacht hat, wird von zwei Erfindern umfunktioniert und kommt jetzt in die Küche zum Kochen, Braten, Waschen und Frittieren. Ist ja viel günstiger, als Angestellte zu bezahlen und die Zubereitung geht auch schneller. Theoretisch, weil die Programme, die müssen erst noch verfeinert werden und da kommt dann der Spieler ins Spiel. Und jetzt holt euch einmal eure Snacks. Es kommt der Newsflash. 1986 ist The Big Deal erschienen und im Dezember 1986 ist passiert am 10.12.86. Bei einem Gottesdienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Berlin-Ost wird anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte die Verwirklichung politischer Freiheitsrechte in der DDR gefordert. Zuvor waren zehn Angehörige der Ostberliner Initiative für Frieden und Menschenrechte festgenommen worden. Und nach Weihnachten am 28.12.86 da ist nach Angaben der US-Luftwaffe die zehnte MX-Rakete, die zehn Atomsprengköpfe trägt und innerhalb einer halben Stunde Ziele in der Sowjetunion erreichen kann, in einem unterirdischen Silo in Bundesstaat Wyoming stationiert worden. Am 19. Dezember hat US-Präsident Ronald Reagan seinen Entschluss bekannt gegeben, den US-Kongress um den Bau von 50 weiteren MX-Raketen zu bitten, die auf Eisenbahnwagen stationiert werden sollen. Insgesamt sind dann 114 Stück der Peacekeeper-Raketen produziert und dann später im Rahmen des Start-II-Abkommens ab 2002 wieder reduziert worden. 2005 ist dann die letzte Rakete deaktiviert worden. Und ich darf verkünden. Und dafür mache ich die Musik jetzt einmal aus. Pixelmisschallung hat einen Patron. Der erste Patron ist Andreas. Und er ist nicht nur der erste, sondern auch der erste gleich 32-Bit-Supporter. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja noch der eine oder die andere, die mich auch unterstützen möchten. Und ich habe irgendwann nicht nur einen einzigen Patron, sondern ganz, ganz viele. So viele, dass Harry Potter neidisch wird und die Dementoren keine Chance haben. Danke, 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 Andreas. Keine Chance hatte ich übrigens bis jetzt, das Geschenk meiner Frau zu kaufen. Weil gekauft, bezahlt, Schachtel geöffnet, um zu sehen, ob ein Akku dabei ist. Und siehe da, da war nicht einmal das Gerät drin, weil es irgendwer rausgestohlen hat. Ho, ho, what the fuck. Wir erinnern uns, meine Frau wünscht sich einen Kantenschleifer. Wie bei Ghost-Nachricht von Sam werden wir dann gemeinsam nicht töpfern, sondern bei Kerzenschein den Kantenschleifer führen. Vielleicht nicht bei Kerzenschein, weil Sägespäne und Feuer, die vertragen sich ja nicht. So wie auch Benzindämpfe und Feuer. Ein Arbeitskollege, der hatte einen Unfall bei der Buchsbaumzünslerentfernung und war deswegen sogar eine Zeit lang im Spital. Also habe ich ihm ähnlich der 2021er Pixel-Royal-Pokale ein Holzpokal angefertigt mit Raupe, Drachen, also einem feuerspeilenden Drachen und dem Schriftzug Burning Man. Er hat es unglaublich lustig gefunden. Der Pokal hat ihm extrem gefallen und er war, ja, sehr happy mit dem Pokal. Ich habe mich übrigens vorher abgesichert und gefragt, ob er sowas auch wirklich witzig finden wird. Der Kinostart. Am 11.12.86. Eine Komödie von den Zuckerbrüdern, die man von Airplane Scary Movie oder der Nacken Kanone kennt. Und Jim Abrahams, den wir Hotshots zu verdanken haben. Danny DeVito und Bad Midler in Ruthless People. Bei uns bekannt als die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Aber bevor er mit Fleischlaubern, also Buletten, eine Folterung vortäuscht, um der Episode zu entgehen, ab zum Pixel-Royal. Na, das Rätsel war gar nicht so schwer, zumindest war es nicht so schwer zu ergoogeln. Lösen wir mal auf. Das Spiel hatten nicht so viele am Radar. Raider Soft, Zwinker, Zwinker. Kein Jump'n'Run, Adventure oder Shooter. Und das Spiel gab es nur am C64 und Amiga. Wir schneiden, braten, kochen, waschen. Naja, was ein Koch halt so macht. Unser Werk gehört den Gästen. Logo, das Essen, das essen wir nicht selbst. Und wenn sie angepisst sind, schmeißen sie einen das Essen nach. Ja, das machen sie bei The Big Deal und nicht nur das. Ich würde euch jetzt gern sagen, wer es alles gewusst hat, aber das habe ich mal wieder mal nicht notiert. Also on the fly auf meine kluge Tabelle wechseln. Gewusst haben's. Freundl, Tobias, Christian, Bully B, Guybrush, Basti und Wilco. Alle bekommen einen Punkt, weil den Rest, den haben sie ja schon. Sollte ich jemanden vergessen haben, wie immer, bitte, bitte, bitte melden, dass ich das nachtragen kann. Auch diesmal gibt's wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn dir das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Urkunde. Das letzte Rätsel 2022 kommt heute. Es geht um die Wurst, also um die Holzfliege. Aber Achtung, diesmal habt ihr nicht wie üblich zwei Wochen Zeit. Ihr habt nur eine einzige Woche Zeit, weil die nächste Episode, die kommt noch kurz vor Weihnachten. Und bis dorthin müsst ihr mir die Lösung mitteilen. The Big Deal, der Vorgänger von Papas Pizzeria, Overcooked, Cooking Mama und Gordon Ramsay. Am Cover des Spiels, da wird schon geworben mit Robot-Programming using unique Follow-me-Feature, Multi-Camera-Views, Real-Time-Cooking and Angry Customers und Built-in-Cookery-Book. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Zukunft ist automatisiert, auch in der Küche und man hat alle Angestellten aufs Arbeitsamt geschickt, weil Floyd spielt nun mit den Töpfen herum. Der soll ab jetzt die Gäste gustatorisch verwöhnen, am besten auch noch mit dem, was sie eigentlich bestellt haben. Floyd ist nämlich recycelt worden. Teil 1 Floyd the Droid, da ist er noch in den Abwasserkanälen herumgekreucht, um sie zu reinigen. Und jetzt, jetzt bereitet er Mahlzeiten zu. Hoffentlich hat er sich davor die Grifel gewaschen. Ausgestattet mit einem Kühlschrank als Bauch, Mikrowelle am Kopf und Toaster als Käppi soll der kulinarische Cyborg die Restaurantwelt revolutionieren. Eingeleitet wird das Spiel mit einer recht dramatischen Musik und zwar der hier. Rechtlich gesehen ist das Urheberrecht ein bisschen undurchsichtig. Die Credits im Spiel, die lauten auf Jay Kimmel. Da das einer meiner Lieblings-Sit-Tunes ist, wollte ich den unbedingt einspielen, also habe ich ihn angeschrieben. Die Antwort, die habe ich auch recht schnell bekommen, zusammen mit dem Okay, dass das für ihn überhaupt kein Problem ist. Allerdings hat Red, wie er damals zu den Demo-Zeiten genannt worden ist, aus dem Track nur die SIT-Datei gemacht. Radarsoft hat ihm den Song auf Kassette als Vorlage geschickt. Also habe ich auch Radarsoft angeschrieben und keine Antwort bekommen. Wieder mal Jo, super, so ein kleines Leg mich am Oursch hätte mir auch schon gereicht, aber okay. Das Original des Stücks ist von Tony Banks aus dem Album Soundtracks und heißt Smiling Jack Casey. YouTube-Link zum Original findet ihr in den Shownotes. Solltet ihr ja auch einmal reinhören. Und das geniale Cover als SIT-Tune von Jay Rad Kimmel habt ihr gerade im Hintergrund gehört. Einmal gestartet wird aus der Dramatischen eine richtige gute Launemusik. Floyd fährt hoch, macht einen kurzen Systemcheck und schon kann es losgehen. Zumindest wenn man weiß, was man eigentlich machen muss. Grob gesagt teilt das Spiel den Bildschirm in zwei Bereiche. Die untere Hälfte des Bildschirms die ist für das Spielgeschehen zuständig. Da zischt Floyd der Roboter über den polierten Fliesenboden. In der oberen Hälfte befinden sich drei Bildschirme. In der Mitte die Sicherheitskamera der Theke. Dort kann man die wartenden Kunden beobachten und die schimpfenden wenn man sich zu viel Zeit lässt oder das Falsche liefert. Links davon gibt es eine Draufsicht des Geräts vor dem sich Floyd gerade befindet. Da leuchtet dann auch so ein Big-Logo dass man weiß okay ich bin jetzt vor dem Gerät und kann es bedienen. Also das Waschbecken zum Beispiel die Fritteuse das Schneidbrett und so weiter. Und im Bildschirm rechts da werden Menüs angezeigt wie was man denn aus dem Kühlschrank nehmen möchte was man schneiden will waschen frittieren und so weiter. Von Zeit zu Zeit da kommt dann auch wirklich Kundschaft. Klar sonst wäre es ja Fahrt. Ein Schinken Käsebrötchen oder einen Gulaschburger oder Hot Dog Dank einwandfreier Übersetzung sind da allerdings viele Dinge aus Platzmangel gekürzt und man weiß eigentlich am ersten Blick nicht unbedingt was das heißen soll. Es ist zum Beispiel ein Gulaschburg oder Schinkenkäe und manche bestellen dazu Choke. Das sind jetzt nicht masochistisch veranlagte Kunden die zusätzlich gewürgt werden wollen nein das soll wohl eine Coke sein. Naja und dann da muss man die Mahlzeiten zubereiten aber erst nicht vergessen eine Big Box ganz links nehmen indem man das Essen für den Kunden stopfen kann. Das Zubereiten das ist aber schon recht komplex wie auch die Steuerung die leider für Ungeübte ein Graus ist. Links rechts steuert Floyd nach links oder rechts so weit so simpel. Wenn man den Joystick nach oben drückt da fährt der Robokoch seine Hydraulik aus um größer zu werden nach unten macht das ganze rückgängig Feuerknopf und nach unten setzt einen der drei Joker ein Feuerknopf und hoch öffnet ein Menü Feuer rechts ändert die Position des Armes in der Floyd die Box hält und Feuerknopf links führt Aktionen aus wie zum Beispiel den Fritter benutzen Vorratsschrank öffnen und so weiter Nachdem man die Box geholt hat erst einmal die Zutaten organisieren nehmen wir für den Anfang einmal was Simples ein Schinken Käsebrötchen also ein Schinken Käh kleinen Moment ich muss kurz einmal meine Katze aus dem Zimmer schmeißen weil die wutzelt sich auf keine Ahnung Hallo bin gleich wieder da also wirklich da kann man nicht einmal in Ruhe Podcast aufnehmen Django nein und tschüss tschüss Brot 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 um das Schneidbrett zu benutzen Brot auswählen und das Ganze dann noch mit den Schinken und mit dem Käse wiederholen und da das hat mir damals schon gefallen und ich finde das Detail immer noch super sieht man im Statusfenster oben nicht nur das Schneidbrett sondern auch die Klauen von Floyd wie er die entsprechende Zutat drauflegt und schneidet wenn ihr da aber den unglaublich dummen Fehler gemacht habt dass Floyd die Box nicht vor dem Bauch hält kommen die fertig zubereiteten Zutaten nicht in die Box sondern wieder zurück in den Kühlschrank Bauch und das ist schlecht weil Floyd leider zu blöd ist die Zutaten wieder raus zu nehmen um sie in die Box zu stecken in dem Fall hilft es nichts ihr müsst die Zutat wegschmeißen und neu zubereiten ist alles fertig kommt die Bestellung aus Förderband bei mehreren Kunden vorher reinzugeben ist eine falsche Soße drin oder man hat vergessen das Joke reinzustopfen ist das für die cholerische Kundschaft schon Anlass genug die Box oder gleich das Mobiliar nach uns zu schmeißen ja solche Kunden wünscht man sich ist das der Fall ausweichen oder ducken weil wenn das Geschoss trifft muss Floyd repariert werden jetzt scherde an der Tür um Himmels Willen Keinen Moment Django bitte Ach Gott Na gut Na gut Ich bestech dich jetzt mit Lecker dies Und jetzt ruhig und du auch nicht Dexter Tschüss Baba Wo war ich denn Wo war ich denn beim Reparieren genau das macht er zugegeben Gott sei Dank selbst der Floyd aber es geht dadurch wertvolle Zeit verloren kniffliger wird es wenn Zutaten frittiert gebraten oder gekocht werden müssen weil man da den Timer im Auge behalten sollte angebrannte Pommes oder ein verkohltes Steak das haben die Kunden nicht so gern wenn es mal schnell gehen muss gibt es drei Joker das TV Menü dreimal am Tag kann der Cyber Küchenchef in rasender Geschwindigkeit vollautomatisch ein Menü zubereiten das jedem Gast schmeckt auch wenn er es gar nicht bestellt hat aber Hauptsache aufregen weil die Soße fehlt aber dafür für den Joker gibt es dann auch keine Punkte vollautomatisch kann man auch bestimmte Abläufe ablaufen lassen mit der Programmierfunktion dafür ist ja geworben worden drei Programmierslots gibt es im Menü Vorgang auf Rec Vorgang gehen Feuerknopf drücken und los geht's Slot 1 hat eine Speicher von 20 Sekunden Slot 2 von 40 und Slot 3 von 60 Sekunden also brav alles in der richtigen Reihenfolge machen und dann speichern dann klappt das Schinken Käse Brot auf Knopfdruck und wenn man einmal nicht weiß wie man Essen zubereitet gibt es das interne Kochbuch wobei das Nachschlagen ja auch wieder Zeit kostet es ist nämlich nicht alles so einfach zuzubereiten wie das Brötchen Hamburger Schrägstrich Ei zum Beispiel Brötchen schneiden Hamburger schneiden Braten würzen Zwiebel Ringe waschen schneiden Braten und Ketchup nicht vergessen oder ganz schlimm das Big Dinner Pommes frittieren Hamburger schneiden braten würzen Ei kochen Salat waschen schneiden würzen Essiggurke waschen schneiden und dann Ketchup bei letzterem ist super dass 5 Zutaten verarbeitet werden müssen wir erinnern uns in Floyds Bauch passen nämlich nur 4 also am besten während Pommes Hamburger und Ei brutzeln ok das Ei brutzelt nicht das kocht den Rest holen bei der ganzen Hektik da kann man leider die Grafik gar nicht so genießen das ist jetzt keine bahnbrechende hyperrealistische Grafik ist ja auch ein C64 oder Amiga wobei die C64 Version finde ich schöner ist die Grafik ist simpel aber die Details sind schön man kann alles erkennen Kühlschrank und Vorratsschrank sind gefüllt bis oben hin der Rotor der Raumbelüftung der dreht sich und sogar die kleinen Kundensilhouetten bewegen sich während sie warten und in den Statusfenstern sieht man den aktuellen Gasstatus der Mahlzeiten bei den Pommes kann man beim Verbrennen zuschauen zuerst sind es weiß werden dann gelb dann werden es leicht braun braun und zum Schluss schwarz apropos Schluss zum Schluss wenn der Laden zugesperrt wird gibt es eine Abrechnung gegen 21 Uhr schleicht sich Floyd und da ist wurscht ob irgendwas am Herd steht oder nicht hier wieder aufgelistet wie viele Kunden es gewagt haben unser Lokal zu betreten wie lange sie gewartet haben wie viele Mahlzeiten akzeptiert oder geworfen wurden wie viele Zutaten verbrannt sind und wie viel Schaden Floyd genommen hat und dann geht es weiter mit Tag 2 nach 6 Tagen wird dann Bilanz gezogen und man kommt in Küche Nummer 2 wenn man dafür zugelassen ist schwierigere Kundschaften größere Küche theoretisch ich habe es nie geschafft in Küche Nummer 2 zu kommen The Big Deal ist kein Spiel für zwischendurch und es ist auch nicht entspannend das soll es aber auch gar nicht sein die Grafik ist okay und gefällt mir am C64 wie gesagt sogar besser als am Amiga die Musik passt dazu und über die Titelmusik da habe ich mich ja schon genug ausgelassen der Schwierigkeitsgrad ist allerdings gesalzen aber das Spielprinzip ist dafür recht außergewöhnlich für die Zeit eben für damalige Verhältnisse da hat sowas noch nicht gegeben es sind auf diverse Details geachtet worden und da bin ich ein riesen Fan von man muss allerdings trotzdem ein dickeres Fell haben um Spaß an den Titel zu haben wer scheu davor hat viel herum zu probieren und recht oft zu versagen der sollte vielleicht lieber die Finger davon lassen und einfach nur ein YouTube Video schauen damals hatte ich eine unbeschriftete Diskette auf der der Big Deal war also habe ich sie beschriftet und zwar liebevoll mit Robokoch und es ist gar nicht einmal so selten im Diskettenlaufer gelandet auch wenn ich nur in den seltensten Fällen einmal eine Speise richtig zubereitet habe habe ich viel Spaß mit dem Titel gehabt besonders beeindruckt haben mich die Darstellungen im ersten Statusfenster auch die Tatsache dass Speisen anbrennen können und dass man das auch noch gesehen hat das war für mich schon recht verblüffend heute deckt sich relativ vieles mit meinen Erinnerungen einiges aber auch nicht ich kann mich nicht daran erinnern dass Floyd in nervtötenden Schneckentempo unterwegs war auch die frustrierend träge Steuerung ist man nicht im Gedächtnis geblieben wahrscheinlich waren mir diese beiden Kritikpunkte damals vollkommen egal heute können sie aber jeden Spielespaß töten auch wenn ich heute mehr zufriedene Kunden generiert habe als damals bin ich trotzdem nicht für Küche 2 zugelassen worden und jetzt zum Schluss das letzte Rätsel für dieses Jahr spitz die Ohren haltet Google bereit oder wie auch immer ihr auf die Lösung kommt zur Erinnerung ihr habt nur eine Woche Zeit hier kommt Pierre Bonjour Bonjour Das Jahr geht dem Ende zu Mal sehen wer die Holzfliege gewinnt oder ob sich jemand noch den Schlüsselanhänger verdient um es schwieriger zu machen diesmal möchte ich nicht nur den Titel von euch wissen sondern welches System passt auf Bevor ich mir einen Punsch hole starte ich noch die Konsole aber dieser Scheiß Dreck Kack will nicht so wie ich es mag der Bildschirm grau es kommt kein Spiel die LED blinkt langsam ohne Ziel Spiel gereinigt rein das Teil und es startet das ist geil aber und ich sag es leise es startet zwar doch es ist scheiße man läuft herum kann sich verstecken oder auch die Gegner necken klingt nach einer wilden Keilerei doch Gegner gibt es hier nur zwei diese kann man nicht mal killen haben einen eisernen Willen wollen dir gerne an den Kragen doch eines lasst mich hier noch sagen vorbei ist nach Minuten 20 da wird die Milch im Busen ranzig so spaßbefreit wie Wespennester und das verbrochen von Bethesda welches Spiel auf welchem System suche ich denn was kann das nur sein ich verabschiede mich ich hab das Wasser im Bad laufen lassen Au Revoir Danke lieber Pierre also letztes Rätsel welches Spiel wird gesucht und auf welchem System ist das Spiel oder besser die Version des Spiels erschienen ist gar nicht so schwer wenn man es weiß heute kann man den Titel naja gar nicht einmal so einfach spielen Original Diskette und C64 beziehungsweise Amiga sind notwendig um Floyd die Küche unsicher machen zu lassen Leider ist der ungewöhnliche Titel in keiner Collection dabei was ich persönlich echt schade finde das hätte er nämlich schon verdient vielleicht ist Raidersoft ja allgemein nicht so kommunikativ wenn es um Anfragen geht Habt ihr eine Idee was Pia sucht dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoly at pixelbeschallung.at oder Social Media Wollt ihr dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten folgt mir auf Twitter at pixelpoly Instagram at pixelbeschallung mastodon at pixelbeschallung at podcasts.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei dort gibt es auch die Links wie ihr mich unterstützen könnt mittels Amazon Wishlist Ko-Fi oder Patreon und nicht vergessen vorsichtig beim Anbraten sonst bekommt man eine auf den Deckel Baba A Hase eine heiße und ein 16er Blech Oida Das habe ich Das, das, das Ich Habt ihr jetzt verstanden? Oischloch Leut muss repariert werden